Yo, hier ist wieder euer Doug McCrumbstart und ich freue mich, dass auch du gerade wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir gestern Steel Preak, weil ich hoffe, dass man es so ausspricht. Auf jeden Fall habe ich mir das gestern runtergeladen. Es gibt es kostenlos auf der Playstation und ich glaube auch auf dem PC, aber da weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall ist in dem Hintergrund jetzt das Let's Play, wie ich gestern das so gespielt habe mein erstes Mal und gleich beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich einen Win geholt und wie gesagt, es ist relativ nice. Es ist ein Battle Royale Spiel. Es lohnt sich und ihr könnt mir unter den Kommentaren schreiben, ob ihr noch weitere Let's Plays von diesem Game sehen wollt. Dann sagt es mir und ich hau es für euch raus. Und jeder, der mit mir mitspielen möchte, darf mich auch adden und wir können auch hier dann ein paar Wins holen oder so. Man kennt es, ne? So, ich bin aber dann mal wieder raus. Viel Spaß bei der Aufnahme. Euer Dark, mein Cry. Ciao. Ne, nicht dein Ernst. Das Spiel was wir nicht kaufen. Äh holen. Halt dich fest, das soll ein Battle Royale Game sein. Und jetzt? Ich habe eben noch gar nichts davon gesehen, dass es Battle Royale sein soll. Und jetzt heißt es, dann stürzt du dich Solo im Battle Royale. Okay. Es sieht gut aus. Mhm. Das war's für heute. 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 Da liegt noch viel Loot. Okay. 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 Ich hab es nicht mehr gesehen. Ich hab es nicht mehr gesehen. I know Das ist gut. Ich bin so sick. Das werde ich sehen Mach Foto Das werde ich sehen, wie das da dran steht Das glaube ich hier nicht Er ist das Sieg, Alter Das werde ich sehen, wie das da dran steht